Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Mitbrüder, liebe Gläubige, Sie besuchen ja die Alte Messe, aber verzeihen Sie meine Neugier. Ich möchte wissen, warum? Warum besuchen Sie die Alte Messe und nicht die neue Liturgie, die für die meisten von Ihnen viel näher wäre? Einige würden vielleicht antworten, ja, wissen Sie, mit der Handkommunion, mit Empfang der Kommunion im Stehen, das passt mir nicht. Es ist zu wenig ehrfürchtig. Andere würden vielleicht sagen, die Alte Liturgie mit ihrem Gesang, mit prächtigen Gewändern, das gefällt mir besser, es ist schöner. Andere würden vielleicht sagen, in der Neuen Messe gibt es zu wenig Stille, die Sammlung ist kaum möglich, daher bevorzuge ich die Alte Messe. Andere meinen vielleicht, dass die Feierlichkeit, die Würde der Liturgie, die Erfurt besser ausdrücken, die man Gott gegenüber haben soll. All diese Antworten sind gut und richtig. Aber reichen wirklich diese Gründe aus, um sich über die ausdrückliche Entscheidung von Päpste, die eine neue Liturgie eingeführt haben, sich einfach hinwegzusetzen. Diese Frage muss sich jeder Besucher der Alten Messe stellen. Und wir müssen es zugeben, die bis jetzt erwähnten Argumente reichen zwar aus, um die alte Liturgie zu bevorzugen, aber sie reichen nicht aus, um die neue Liturgie abzulehnen. Die Überzeugung, die neue Messe aus solchen Gründen abzulehnen, ist ein bisschen wie ein Haus, das auf dem Sand gebaut ist. Man kann zwar darin wohnen, aber wenn ein Sturm kommt, dann fällt alles zusammen. Sie, liebe Seminaristen, wir Mitglieder der Priesterbruderschaft St. Pius X., wir lehnen kategorisch die Zelebration der neuen Liturgie ab. Wir würden niemals Gläubigen empfehlen, die neue Messe zu besuchen. Aber gibt es ausreichende Gründe für diese Haltung? Jawohl, Gründe dazu gibt es. Manche begründen diese Haltung mit folgendem Argument. Der heilige Papst Pius V. hat 1570 diese alte, traditionelle Messe endgültig kanonisiert. Daraus folgt, dass kein nachfolgender Papst eine andere Messe machen kann. Das ist einfach aus. Dieses Argument ist aber falsch. Diese Heiligsprechung, diese Heiligsprechung, Kanonisierung der alten Liturgie hat zur Folge, dass dieser Ritus nicht abgeschafft werden kann. Dass kein Papst diese heilige Messe, diese Zelebrationsform verbieten kann. Aber es hat nicht zur Folge, dass künftige Päpste keinen Ritus einführen dürfen. Das nicht. Es gehört zu den Befugnissen des Papstes, des Papsttums, die Liturgie einzurichten. Jeder Papst kann eine neue Messe einführen, aber nicht nach Lust und Laune. Er ist dabei an gewisse Vorgaben gebunden. Damit ein Ritus der Zelebration der Messe die Gläubigen und die Priester verpflichtet, muss er gewisse Bedingungen erfüllen. Und gerade da erweist sich die neue Messe als mangelhaft. Und zwar dermaßen mangelhaft, dass man nicht bloß sagen kann, die neue Messe ist weniger schön, weniger gut als die Halte. Nein, diese Mängel sind derart, dass man sagen muss, die neue Messe ist abzulehnen. Sie ist für Katholiken nicht akzeptabel. Warum? Wenn man es kurz fassen will, muss man sagen, dass dieser neue Messe Ritus den katholischen Glauben nicht ausreichend zum Ausdruck bringt. Eine schwerwiegende Aussage, die es zu belegen gilt. Also geben wir Gründe dafür. Dieser neue Ritus der Messe wurde im Jahr 1969 durch Papst Paulus VI. bekannt gegeben und es ging fünf, sechs Monate bis eine Schrift auf dem Arbeitstisch des Papstes gelang und die eine gründliche theologische Kritik dieser neuen Messe machte. Das alles schon bevor unsere Bruderschaft gegründet wurde. Diese Schrift wurde durch eine Gruppe an Theologen verfasst und zwei Kardinäle haben diese Arbeit unterschrieben. Der eine davon war der damalige Nummer zwei in der Kirche. Der Kardinal Ottaviani, der damalige Präfekt der Glaubenkongregation. In der Widmung zu dieser Schrift steht geschrieben, die neue Messe stellt, ich zitiere, sowohl im Ganzen wie in den Einzelheiten ein auffallendes Abrücken von der katholischen Theologie der Heiligen Messe dar. Zitat Ende. Und die Schrift dann, die nicht sehr lang ist, listet einige Mängel der neuen Messe, die ich kurz zusammenfassen möchte. Zuerst, das Verständnis der Messe ist nicht mehr dasselbe. Die alte Messe wurde definiert als ein Opfer, eine Opferhandlung, ein Opfer, das Gott dargebracht wird. Im Gegenteil dazu, die neue Messe wird definiert als eine Versammlung des Volkes Gottes. Weiteres Problem, die allermeisten Stellen der alten Messe, welche die katholische Lehre ausdrücken, wonach durch das Messopfer Gott eine Sünde für die Sünde geleistet wird. Diese Stellen wurden vom neuen Ritus entfernt, weggestrichen. Drittens, diese großen Wahrheiten, Glaubenswahrheiten der Wandlung vom Brot und Wein in den Leib und in das Blut Christi, wie auch diese Glaubenswahrheit der Realpräsenz Christi in den heiligen Gestalten, wird implizit geleugnet. Weiter noch, in der alten Messe, die Wandlung wird als eine sakramentelle Handlung vollzogen, vom Priester allein. Im Gegensatz dazu, in der neuen Liturgie, wird die Wandlung als eine erzählerische Vorführung des letzten Abendmahles wiederholt. Das sakramentelle Charakter wird geschwächt. Und zuletzt die vielen Optionen und Möglichkeiten, deren Wahl dem Celebrant überlassen wird in der neuen Messe, haben zur Folge, dass die Einheit im Glauben geschwächt wird. Das sind schwerwiegende Anschuldigungen. Diese theologische Untersuchung der neuen Messe besagt nicht, dass die neue Messe bestimmte Punkte der katholischen Lehre ausdrücklich leugnen würde, also, dass sie eine heretische Messe wäre. Nein, das nicht. Aber aus dieser Studie geht hervor, dass die neue Messe durch zahlreiche Veränderungen und Auslassungen in den Gebeten und Gästen und Gegenstände im Ritus der Heiligen Messe diesen Ritus in solchem Maße verunstaltet hat, dass der katholische Glaube nicht mehr ausreichend zum Ausdruck kommt. Dies zwingt zu sagen, dass diese Messe abgelehnt werden muss. Sie ist für die Gläubigen gefährlich und leider Gottes der massive Abfall vom Glauben seit der Einführung dieser neuen Liturgie bestätigt es nur zu klar. Diese Messe erweist sich als steril, unfähig, den Glauben der Gläubigen zu erhalten. Aber gehen wir ein bisschen näher der Problematik heran. Worin bestehen diese Mängel präzis, konkret? Um zu antworten, müssen wir uns zuerst fragen, was die Heilige Messe, was eine Heilige Messe sein muss. Das Heilige Messopfer befindet sich im Zentrum des Kultes, den die Kirche Gott zu erweisen hat. Es ist sozusagen der Gipfel der liturgischen Handlungen der Kirche. Nun, wenn Gott Gott ist, dann kommt es ihm zu, die Wesenszüge des Kultes zu bestimmen, mit dem die Menschen ihn zu verheeren haben. Und tatsächlich hat es Gott schon im Alten Testament getan. Die verschiedenen Opfer Zeremonien des Alten Bundes mussten vier verschiedene Zwecke erfüllen. Anbetung, Dank, Sühne und Bitte. Im Alten Bund gab es Opfer der Anbetung. So wurde jeden Tag morgens und abends zum Beispiel ein Lamm im Tempel aufgeopfert als Brandopfer. Das Tier wurde also vollständig dem Feuer übergeben, um dadurch, dass man ein Eigentum zerstörte zur Ehre Gottes, um dadurch die Anbetung auszudrücken, also unsere vollkommene Abhängigkeit zu Gott und die Tatsache auszudrücken, dass wir ihm angehören. Wir sind das Eigentum Gottes. Zweitens der Dank. Im Leviticus wurde verordnet, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben will und dort die Ernte haltet, sollt ihr von eurer Ernte die Erstlingsgabe zum Priester bringen. Diese Sitte, die Erstlinge der Tiere, die ersten Früchte bei der Ernte, Gott zu schenken, wurden Friedopfer genannt. Weiter die Sühne, die Sühne ist eine Wiedergutmachung für unsere Sünden und im Bur Leviticus wieder wurde vorgeschrieben, dass Stiere und Böcke als Sühnopfer geschlachtet werden. Der Priester sollte zum Beispiel beim Sühnbock, er sollte seine Hände auf Kopf des Tieres halten, ähnlich wie der Priester beim Anc Ejitur in der Heiligen Messe, um so dieses Tier mit den Sünden des Volkes zu belasten. Danach wurde dieses Tier entweder ausgetrieben in die Wüste oder geschlachtet und die Menge wurde mit seinem Blut, wie auch mit dem Blut von Stieren besprengt, um sie zu reinigen, was die heutige Lesung anspricht. Zuletzt gab es noch Bittopfer, wodurch man Gott um seinen Segen, um besonderen Gnaden für die Zukunft gefleht hat. Diese vier Zwecke bestimmen den Kern des Kultes schon im Alten Testament und all diese Figuren, all diese Sinnbilder, all diese verschiedene Opfer des Alten Bundes lassen auch die Wesenszüge des Kultes erkennen, der auch im Neuen Bund geschehen soll. Jesus Christus sagte nämlich im Matthäus Evangelium Glaubt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, es aufzuheben, sondern um es zur Vollendung zu führen. Der Kult des Neuen Bundes soll also nicht grundsätzlich etwas anderes sein als der Kult des Alten Bundes. Es ist dasselbe, aber auf vollkommen Weise. Es ist die Vollendung dieser Bilder durch die Wirklichkeit, ein wirkliches Opfer, das all diese sinnbildlichen Opfer des Alten Bundes zur Vollendung bringt. Daher muss der Kult des Neuen Bundes, das Heilige Messopfer, alle vier Wesenszüge beinhalten, die schon im Alten Testament praktiziert wurden. Anbetung, Dank, Sühne und Bitte. Wie steht es damit nun im Fall der Neuen Messe? Die Anbetung geschieht immer noch, aber sie wird erheblich geschwächt. Die Realpräsenz zum Beispiel wurde im Alten Ritus durch zahlreiche Kniebeugen des Priesters wie auch der Gläubigen zum Ausdruck gebracht. 14 an der Zahl In der Neuen Messe gibt es nur nur drei. Im Empfang der Kommunion wird auch durch die Haltung der Gläubigen den Glauben an die Realpräsenz zum Ausdruck gebracht. Die Stehkommunion in der Hand lässt diesen Glauben an die Realpräsenz nicht mehr zum Ausdruck kommen. Die Bitte geschieht immer noch in der Neuen Messe selbstverständlich, aber gewisse Bitten wurden fast ganz aus dem Mesbur ausgerottet. Zum Beispiel die Bitten um die Bekehrung der Ungläubigen, um die Bekehrung der Juden, der Heretiker und um die Rückkehr der Schismatiker. Vielmehr noch die Bitte um diese Gesinnung des Christen, der sich nicht nach der Welt, sondern nach den ewigen Gütern zu richten hat. Diese Idee kam in zahlreichen Orationen. Alle wurden ersetzt. Despice terrestria et amare celestia. Die Welt, diese Welt verachten und den Jenseits, die ewigen Güter begehren. Diese Gegenüberstellung wurde weggelöscht. Was die Sühne angeht, das ist sicher der Punkt, wo die Mängel der Neuen Messe am schwerwiegendsten sind. Im offiziellen Dokument, das die Neue Messe vorstellte, um sie einzuführen und sie definierte, wird die Neue Messe definiert, ohne einen einzigen Wort in Bezug auf diese Sühne Funktion der Messe zu lassen. Die Idee ist weg. Das Wort Opfer kommt zwar zehnmal in diesem kurzen Text, aber kein einziges Mal im Sinne eines Sühn Opfers. Das Wort Opfer aus dem Alten Testament wird auch manchmal als Mal oder als Dank Opfer Eucharistie verwendet. In diesem Sinne wird er in dieser Definition der Messe und Erklärung verwendet, aber kein einziges Mal als Sühn Opfer. Die Gebete, die in der traditionellen Messe die Sühne zum Ausdruck bringen, wurden ebenfalls gestrichen. Zum Beispiel am Anfang der Opfer Messe, wenn der Priester das Brot darbringt, spricht er, Heiliger Vater, allmächtiger ewiger Gott, nimm diese makellose Opfergabe gnädig an, dir, meinem lebendigen wahren Gott, bringe ich, dein unwürdiger Diener, sie dar für meine unzähligen Sünden, Fehler und Nahlässigkeiten. Ich schopfere sie auf für alle Umstehenden und alle Christgläubigen, für die Lebenden und Verstorbenen. Gibt das sie mir und ihnen zum heilige Reiche für das ewige Leben. Amen. Dieses Gebet, das sehr klar den Sühne Gedanke der Heiligen Messe zum Ausdruck bringt, ist weg, ersatzlos gestrichen. Ebenfalls das Gebet Oferimus Tibi, wo der Priester kurz danach den Kelch mit dem Wein darbringt. Ebenfalls auch dieses Gebet ganz am Schluss der Messe vor dem letzten Segen, wo wiederum der Sühne Gedanke sehr klar zum Ausdruck kommt. Ersatzlos gestrichen. Diese Veränderungen sind keine Kleinigkeiten. Es ist eine Entstellung dessen, was in unserer Religion, im Kult, zentral ist. Eine wesentliche Funktion des Kultes, die Sühne, das Opfer. Jesus Christus ist unser Erlöser. Er ist derjenige, wie in der heutigen Lesung erwähnt, der unsere Sünden sünd, der dadurch uns den Himmel wieder öffnet. Sein Opfer, das Opfer des neuen Bundes, ist ein Kreuzes Opfer und die Heilige Messe ist die Vergegenwärtigung, die Erneuerung dieses Kreuzes Opfer. Die Heilige Messe führt alle Opferriten des alten Bundes zu ihrer vollen Dung. Sie macht sie wirksam. Wir haben in der Lesung gehört, nicht mit dem Blute von Böken und Kälbern, wie im Altentestament, sondern mit seinem eigenen Blut, so gewann Jesus Christus ewige Erlösung. Die katholische Messe kann nicht opferlos, sühnelos sein. Wenn sie das Opfer Christi sein muss, dann muss sie diese Sühne verwirklichen, beinhalten. Das Konzil von Trient hatte immerhin definiert, wer sagt, das Messopfer sei lediglich ein Lob- und Dankopfer oder ein bloßes Gedächtnis des am Kreuze vollzogenen Opfers, nicht aber ein Sühnopfer, der sei mit dem Anathema belegt. Die Auslassung des Sühne Charakters in den Gebeten der Messe schafft eine amputierte Messe. Wenn die Messe von diesem Kerngedanke amputiert worden ist, dann ist es leicht verständlich, wieso sie nicht mehr fähig ist, den Glauben der Gläubigen zu erhalten, den katholischen Geist in der Kirche lebendig zu halten. Es ist keine Option für einen Katholik, sich an dieser Sühnetätigkeit Jesu Christi, an diesem Wille, eine Wiedergutmachung für unsere Sünden zu leisten, zu beteiligen. Das ist keine Option. Das ist die Wirbelsäule unserer Beziehung zu Gott. Also, liebe Seminaristen, liebe Gläubige, wir treten nun in die Passionszeit hinein, eine Zeit, die eben von dieser Sühne Gedanke beherrscht wird. Sie, liebe Seminaristen, müssen sich, wir, die Priester noch mehr, wir müssen uns diesen Gedanke der Sühne aneignen. Funktion des Priesters ist es ja, für die Sünde des Volkes zu sünden. Denken wir an das Vorbild des Moses und so zahlreiche Heiligen, die die Sünden des Volkes auf sich genommen haben, sie getragen haben und nicht nur für ihre persönlichen Sünden, aber für die des ganzen mystischen Leibes Sühne geleistet haben. Der Opfergeist ist ein Merkmal, eine Eigentümlichkeit der katholischen Kirche und und sie liebe Gläubige sicher ist es auch für sie von großer Bedeutung sich diesem Geist anzueignen, vor allem in Bezug auf die persönliche Sünde. Vermeiden sie also alles, was zum Verlust dieses urkatholischen Geistes, dieser Sünde Gedanke, vermeiden sie alles, was zum Verlust dieses Ideals führen könnte, zum Beispiel der Besuch der neuen Liturgie. Verzichten sie darauf, selbst wenn sie unterwegs sind oder in den Ferien und bilden sie sich auch um diese Probleme, die die neue Messe bildet, tiefer zu verstehen. Ein sehr gutes Buch fasst diese Problematik zusammen mit einfachen Aussagen. Es ist das Buch das Opfer unserer Altäre. Es wurde zusammengestellt aus Auszüge von Prädikten und Vorträgen unseres Gründers und im zweiten Teil dieses Buches wird eine ganz vollständige systematische Kritik der neuen Messe gebracht. Sie ist ausgezeichnet, vollständig. Wenn Sie dieses Buch noch nicht gelesen haben, dann ist die Zeit gekommen, es zu tun. Wenn es schon mal gelesen wurde, ist es erlaubt, es noch einmal zu lesen. Am Ende dieser Woche, Freitag, werden wir das Gedächtnis der sieben Schmerzen Mariens feiern. Sei dieser Fest ein Anlass für uns durch die Fürbitte der Mutter Gottes in diesem Geist der Beteiligung an das Opfer Christi, der Beteiligung an die Sühne, die unser Erlöser zu unserem Heil leisten musste, sei dieses Fest ein Anlass, uns näher mit diesem Gedanke der Sühne zu beschäftigen und nicht nur geistig, sondern in unserem Alltag. Zwei Wochen Fasten Zeit haben wir noch vor uns, nützen wir die Zeit und seien wir eifrige Jünger Christi, seien wir eifrig, um auf seine Fußtapfen uns selbst in Sühne zu opfern, damit die Erlösung uns dadurch gelinge, damit wir auf den Weg, unseren Herrn gezeichnet hat, durch das Kreuz in den Himmel gelangen können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. Gelobt sei Jesus Christus.